die polizei schreitet ein gleich am anfang am neumarkt in dresden verlesen junge leute das grundgesetz nichts anderes und hier könnt ihr sehen wie die dagegen vorgehen diese system spacken unglaublich 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 die lesen nur das grundgesetz vor halten abstand zu anderen menschen und werden von den bullen blockiert drangsaliert gestoßen hier seht ihr das wie sie den mann hier blockieren unsere bullen in deutschland sind einfach nur feige in meinen augen einfach nur feige dreckschweine schikanieren alte dresden vor der frauenkirche diese feigen systemaffen affen dresden